Okay, er ist da langgelaufen. Ich folge jetzt mal so ein bisschen im Spiel. So, was? So schnell wie möglich, Alton Lewis. Okay. So, was ist das? Find the Padlock-Code. Wrong-Code. Okay, das sein können. Der Typ, ne, ist gerade hier langgelaufen und zack, ist plötzlich weg. So. Okay. Jetzt müssen wir, also müssen wir einen Schlüssel finden, einen Code finden. Das ist total toll. Was ist hier hinten noch? Ein finsteres Badezimmer. Ich dachte, ich habe Schritte gehört, aber es bin ich selber. Puh. Ja, warum bist du denn dann auch hier reingelaufen? Also, manchmal ruckelt es ein bisschen, das tut mir sehr leid. Es liegt aber definitiv nicht am Rechner. Ähm. Das kann ich ausschließen. Ich frage mich mal, was das hier für Dosen sind, die da drin sind. Kann man das irgendwie... Ich kann es auch nicht, ich kann das auch nicht nehmen. Also, von daher, ich weiß nicht, was es ist. Ähm. Oder? E? Q? Nö, ich kann es nicht nehmen. So. Ich habe die Bibliothek gefunden, glaube ich. Ich mache mir die Tür zu, hä? So. Hier werden wir auf... Höh! Okay. Spätestens jetzt würde ich gerne gehen. Hier liegen auch schon wieder so ein Ding rum. Keine Ahnung, was das ist. So. Kann man hier irgendwas machen? Aha, ein Haufen Bücher mit ein Haufen Pentagrammen drauf. Wenn man sie richtig kombiniert. Ähm. Ja, äh. Ist hier irgendwas? Wieso muss eigentlich diese Lampe so quietschen hier? Das macht mich mega nervös. Was ist das denn da unten? Äh. Hier ist wieder irgendwas. Wir haben hier mal... Wir haben hier noch... Was? Wir haben hier mal... Okay. Wann dass ich das? Wir haben hier noch... Wir haben hier noch einen... Wir haben hier noch einen Haufen... Keine Dings dafür, ne? Kein Hinweis, dass ich das machen muss. Also, dass ich da jetzt irgendwie einen Code brauche. Das muss ich mir merken. Was ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es liegt irgendwie... Also, das hier liegt überall komplett im Haus rum. Aber es liegt auch in diesen Schubladen hier drin, die ich hier übrigens nicht aufmachen kann auch. Also, da geht, äh, da geht nix. Ähm, ich frag mich, was das ist. Hier haben wir wieder Poppen im Übrigen. Was haben wir hier noch? Ein Buch? Ach, guck mal hier! Was ist das denn? Wenn du diese Noten lernst, ist es wahrscheinlich, weil wir alle tot sind. Was ist in diesem Haus? Überraschtet alles, was ich erwähnt habe. Es ist unmöglich für uns zu leaveen dieses Haus. Wir haben, bei allen Dingen, versucht, die Demon zu erinnern, dass die Welt hauntst. Aber nichts scheint zu stoppen. Wir haben, was die Idee ist, was wir herausfinden, dass die Demon zu erinnern, dass die Demon in der Welt sind. Es scheint, dass diese Artifacts zu erinnern, dass es invincible ist. Der einzige Weg, um es zu entfernen, wäre es zu zerstören, diese Schmerzen, indem sie zerstören. Wir haben die Form der vierten Objekte gewählt, aber leider nicht, wir haben keine Informationen über das Fünfte Artifakt. Für heute werden wir auf die Suche und Destruction der vierten Objekte, die wir zerstören haben. Wir müssen uns für die Zeit separieren. Ich weiß, dass es ein großer Risiko ist, aber es ist die einzige Option, die wir haben. Okay. Find the five Artifacts, null von fünf, okay. Vier Artifakte, die eine Lampe, die hatten wir schon. Der erste Protagonist hatte die, die wird vermutlich da unten irgendwo in diesem Zwischendingens noch rumliegen. Sofern sie die Dämonenfrau nicht weggepackt hat. Und das fünfte müssen wir vermutlich noch irgendwie entschlüsseln, was das dann ist. Na gut, das ist bestimmt das fünfte Artefakt hier. Ich bin mir fast sicher. Okay. Na gut. Dann haben wir, glaube ich, alles und gehen wieder raus. So. Einfach durchs Fenster springen. Dann wird man schon draußen. Aber nein. Geht natürlich nicht. So. Ich hasse es übrigens in Spielen, wenn Schritte plötzlich nachhallen. Das hasse ich mega, weil du immer denkst, da läuft irgendwas gerade. Ähm. Oh. 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 Ordinary retteln an, war es extremlich? Okay? Oh. 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 Oh, Hinooma. Oh, oh. Oh, oh. Hallo? Hallo? Ich weiß, welcher Ort das ist. Hier ist der Dingensgekillt worden. Hier ist der hochgestürmt. So mega krass. Ah, genau. Der ist hier hochgestürmt und dann hier hoch. Okay, jetzt erinnere ich mich. Das war die Stelle ganz am Anfang, die wir gespielt hatten. Wo denn die Kultisten gespawnt sind. Okay. Aber noch ist alles so mega ruhig hier. Ne, hier hinten war ich schon. Glaube ich, oder? War ich hier schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hasse es, wenn Schritte nachhalten. Das war gerade schon wieder so. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, ehrlich gesagt. Darunter will ich noch nicht. Ich muss mich erst mal hier oben umgucken. Achso, das war das mit dem Taurist-Schlüssel. Okay. Ja. Oh, ist das dunkel hier? Ich weiß gar nicht. Oh, ich weiß gar nicht, ob meine Aufnahme irgendwas sieht. Aber ich sehe auch nichts. Also, ihr seht auch nicht. Zumindest, wenn ich mir den Monitor hier angucke, überall. Ich sehe auch nicht mehr als ihr. So. Okay. Da kann ich auch nichts mitmachen. Ja, äh... Ist gerade noch relativ ruhig, ne? Wieso das immer hakelt, wenn ich in Räume reingehe, ist für mich ein vollkommenes Rätsel. Okay, da haben wir einen brennenden Kamin. Eine sehr hübsche Puppe. Auch schön. Ähm... Und ganz viele... Keine Ahnung, was das für eine Flasche sein soll. Ich vermute mal, hier müssen wir dann die Artefakte verbrennen. Das ist das einzige brennende Feuer, was ich jetzt gerade aktuell sehe. Okay. Ich höre da irgendwas schmatzen. Da geh ich mal nicht lang. Ich will immer F drücken, um die Tüne aufzumachen. So macht der Gewohnheit. Mit Doorsluck. Das ist ja schön. Ähm... Hier und jetzt. Okay, Doorsluck from inside. Ja... Oh, ist das finster hier gerade. Oh! Oh, ich geh mal... Da seh ich nix. Äh, keine Ahnung, wo es da lang geht. Ich seh da absolut... Gar nix. Bloß ein paar Umrissen. Ich weiß, in den Control-Keys stand drin, man findet irgendwann wohl noch ne Taschenlampe. Ähm... Da würde ich... Das würde ich einfach machen, wenn wir die Taschenlampe dann haben. Ähm... Weil das... Find Aries-Key. Okay. Ähm... Okay, ja, ist gut. Klar, macht... Macht durchaus Sinn. Der Doorsluck from the inside. Äh... Also die Tür sah komisch aus. Da waren so ganz komische Zeichen auf diesem... Auf diesem... Auf diesem Raum drauf. Aber ich weiß gerade nicht... Hier tropft es halt überall rein, ne? Diese Bude ist eine komplette Bruchbude einfach. Ähm... Das ist echt... Äh... Ja... So, jetzt haben wir mal auch wieder ein Key, ne? Ja, Taurus wahrscheinlich, ne? Okay. Brauchen wir einen Aries-Schlüssel. Klar. Alle Türen abgesperrt. Gar kein Problem. So. Oh, komm mal. Okay, jeder der Türen hier ist abgesperrt. Das heißt... Oh Gott, muss ich... Habe ich eine Map? Nein. Das heißt, ich muss mir echt merken... Wie das Haus hier zusammengebaut ist, oder wie? Das Schlimme ist im Übrigen... Das habe ich in den... In den... In den Kommentaren habe ich... Die kennen wir doch. Ähm... Kann ich da schleichen? Oder sieht die mich? Die Tür ist auch zu. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, jetzt sind wir... Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier am... Eingangsbereich. Man muss nur fragen, was passiert, wenn ich jetzt rausgehe. Ähm. Nein, 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 nein. Was ist das? Oh, was ist das? Ähm. Oh, das ist verrückt. Das... Das Wall war nicht hier vorhin. Okay. Okay. Dann kommen wir da nicht rein. So. Hello, Kopuru. Schön... Grüß dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Game. Conjuring House. 41 Minuten spiele ich schon. Hervorragend. Mist. Doch schon so viel verpasst. Eigentlich nicht. Ich kraxle hier gerade durch die... Ähm. Durch das Häuschen hier durch. Und hab eigentlich... Keine wirkliche Ahnung, was ich machen soll. Kann. Darf. Und ich will jetzt zu der Musik zuzuhalten hin. So. Du hast vor allem Hepis Profi-Runden im PUBG und Overwatch verpasst. Wieso fängst du mit dem Horrorspiel an, wenn ich nicht da bin? Was? Nee. Mann. Doch. Ja, kann ich ja... Also ich hab's ja... Ich geh weinen. Nee, jetzt bist du ja da. Jetzt kannst du mich ja hier genießen. Du musst halt früher kommen, Kopuru. Du weißt doch, Sonntag 17 Uhr ist... 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 Ist Stream und so. Ich hab's sogar angekündigt diesmal. Auf Twitter und auf Discord. So. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wo krieg ich jetzt diesen blöden Schlüssel her? Muss ich jetzt zu dieser Alten da hin oder nicht? Ich will da nicht hin zu dir. Bin mir nicht bescheuert. Ich geh noch nicht freiwillig zu dieser Alten hin, die was die anderen da gefressen hat. So wie die letzten Sonntage. Hey, ist bloß letzte Woche Sonntag ausgefallen. Aber heute war ich einmal weg. Ja, siehste mal. Okay, hier waren wir auch schon. Glaube ich. Ja, genau. Hier war der Kamin. Ähm... Das Schlimme ist eigentlich... Ich hab... Eine Sache hab ich mitgekriegt. Und zwar gibt es wohl hier nur einen einzigen Speicherpunkt. Also man kann nur an einer einzigen Stelle hier speichern. Das Spiel speichert nicht automatisch. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, müssen wir, glaube ich, alles nochmal von vorne machen. Ähm... Weil das passiert wohl sehr oft, dass man stirbt. Das hab ich bloß in den Steam... Ähm... Äh, äh, na? In Steam-Beiträgen hab ich das gesehen. So, hier ist noch... Äh... Sign of Libra. Wie hat er denn hier irgendwas gesehen? Schön. So, ich muss gestehen, ich kenn das Spiel gar nicht. Achso. Ja, ich kenn's ehrlich gesagt auch nicht. Ich... Es hat mir nur Steam vorgeschlagen. Ja, doch, ich muss auch kommen. Das könnte man mal probieren. Aber... Das ist so... Und hallo, Koopsi! Tja, siehste mal. Ich weiß nicht, was ich jetzt mal... Muss ich jetzt echt zu der Alten hin? Ich kann doch hier bestimmt auch rein, oder? Es ist zu schmerz hier. Ich brauche ein Flashlight. Ach... Ich find ein Flashlight. Ach, komm, jetzt kommt das... Okay, also, wir brauchen eine Taschenlampe. Ist jetzt noch da? Die Tür ist jetzt zu. Die Tür war vorher offen, da stand die alte drin. Wisst ihr was? Ich geh jetzt mal rein. Da hinten ging's auch nicht weiter. Oh, die ganzen Insekten, die überall rumlaufen, ne? Also, ich würde das Haus einfach komplett anzünden. Zum Kamin gehen und einfach alles anzünden, was es hier gibt. Ohne Mist, das wär... Das wär so befreiend. Das wär so befreiend. Soviel dazu, ja. Wisst ihr was? Ich glaub, ich geh mal nach oben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier unten jetzt in allen Räumen war. Ich weiß es nicht. Ich geh mal nach oben und schau, was da oben ist. Also, dieses Hakeln ist manchmal echt seltsam. Ich hoffe, ich muss nach oben. Ich hab keine Ahnung. Ich bin...